Gebt kein Änderung. Okay. Ähm, gut. Kevin and the Infamous Machine haben wir gest... Vorgestern? Vorgestern gespielt. Ähm, sind noch nicht fertig geworden. Das bedeutet, wir spielen jetzt weiter. Von ungefähr der Hälfte, denke ich. Also es sind, glaube ich, vier Teile, die wir erledigen müssen, beziehungsweise schaffen müssen. Vier so Kapitel. Und, ähm, wir sind jetzt immer mit der zweiten fertig geworden und machen jetzt mit der dritten weiter. Deswegen würde ich sagen, wir machen nicht... Ich tue nicht lang rum, sondern ich drücke auf Spiel. Kapitel 2. Upp. So. Leonardo da Vinci. Okay. Wir haben noch nichts eingesammelt. Kann ich... Da kann ich... Mysteriöses Schild. Warum ist da ein nackes Mann auf diesem Schild? Uh oh. Something weird ist coming. Time to activate Stealth Mode. Was? Was? Well, that wasn't even remotely suspicious. Das ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Sekunde. Oh, man. Ich komme immer noch nicht damit klar, irgendwie. Es kann sein, dass du gerade leicht verwirrt warst. Ja. Ich war gerade leicht verwirrt. Ich komme immer noch nicht damit klar. Ich weiß nicht, warum. Das ist irgendwie immer noch so... Keine Ahnung. Ach. Hm. Okay. Ich mache jetzt einfach weiter. Ja, okay. Ähm. Wo ist Kotze das schon wieder? Äh, Kotze laut weiß ich leider nicht. Ähm. Klopfe auf den Deckel vom Bot und besticht ihn mit Geld, damit Löwe beginnt. Das kann der Bot leider nicht, ähm, einfach so machen. Äh, wie habe ich das Inventargeräusch vermisst? Hast du? Pass auf. Okay. Äh, macht gar nichts, wenn er noch nicht hier ist. Häschen freut das. Okay, also. Ähm. Da kam gerade ein Typ mit einer Karre, wo eine Hand und einen Arm raushingen. Also, ich gehe schwer davon aus, das war definitiv ein Toter. Äh, schätze ich, weil er war blau. Also, ich glaube nicht, dass es hier schon Avatare gab. Ähm, und kam hier ein Typ raus. Also, der hat da drin rumiert. Da kam hier ein Typ raus und hat die genommen. Äh, gibt, äh, pfff. Ja, ich gehe mal da lang. Ein Pfefferbusch. Was ist ein Pfefferbusch? This pepper looks like it's got a serious kick to it. Wir haben Pfeffer eingesammelt. Okay, kann man hier irgendwas machen? Eine Fassade anklicken. Wie oft willst du noch Fassade sagen? Okay. Galerie. Da Vinci und die Mona. Hallo, Da Vinci. Äh, Entschuldigung, bist du Leonardo da Vinci? Ich bin. Und wer möchtest du sein? A traveler from another time here to, uh, aid me in my work. Look, I know this is gonna sound crazy, but... Wait, what? How do you know that? Firstly, your hideous clothing appears to be made of neither plant nor animal. Second, your teeth are uncommonly straight, exceptionally white, and impossibly intact. And finally, that device on your wrist is far more sophisticated than anything I could have hoped to imagine. All of this indicates that you hail from a land that has made incalculable technological advances. That is to say, in the future. Okay, smart guy. But how do you know I'm here to help you? Well, if you wish to harm me, you would have done so at the time when I was incapable of fighting back. Wow. Well played, bearded dude. Thank you. Weird dude. Ähm. Oder ein... Einer der ganz müde waren aus dem Jixi-Klo-Stammtrieb. Ja, da könntest du vielleicht recht haben. Haha. Da kann ich meinen Stundenvorsprung ausbauen. Frodo! Hi! Hallo, Frodo. Okay, also, Da Vinci ist voll cool und voll schlau und hat erraten, wer wir sind. Äh, und dann fragen wir ihn mal, wobei er Hilfe braucht. Ich habe keine Zeit für Erklärung. Aber sie müssen Lisa wirklich malen. I don't have time to explain, but you really need to paint Lisa instead. Oh, would that I could? Lisa has a right subtlety about her that I long to capture on the canvas. But alas, she refuses to come anywhere near me. Mona meanwhile is regrettably more direct with her emotions. Yeah, I, uh, see that. Okay, hören Sie mir zu. Was wäre, wenn wir Mona verkleiden, damit sie wie Lisa aussieht? Mona doesn't like her sister much. Asking her to look exactly like Lisa will not go over well. I'll figure something out. You, uh, stay here for now. The fate of the world depends on it. As you wish, time traveler. Äh, Xirena, ich habe es gerade eben leider überlesen. Ähm, mir geht es soweit ganz gut. Ich habe noch ein bisschen Husten. Aber ansonsten passt eigentlich. Wie geht es dir denn? Äh, okay. Hören Sie mir zu. Was wäre, habe ich schon gelesen. Gut. Äh, was können wir hier jetzt noch machen? Dann lesen wir mal mit Lisa. Mona. Lecker aussehendes Verstück. Okay. Okay, Steve. Bis nachher. Okay. Seltsame Frau. Äh, aber ich bin ein vielversprechendes kulinarisches Genie, das sich beweisen muss. Aber ich bin ein promisierter neuer kulinarischer Genie, mit alles, um zu prüfen. Und ich bin eine sehr süßige Süperin, mit einem Steakknife. Jetzt schrauben sie ihn. Du machst mir Angst. Okay. Aber ich bin Leonardos offizieller Vorkoster. Aber ich bin Leonardo's offizieller Taster? Ha! Nicht sicherlich, Stringbein. Mein Kuchen würde wahrscheinlich dich töten, wenn es getötet wäre. Na, das klingt ja gut. Okay, Leonardo hat mir gerade gesagt, dass sein Frühstück nach gekochtem Pferd geschmückt hat. Leonardo hat mir gerade gesagt, dass sein Frühstück nach gekochtem Pferd geschmückt hat. Ich habe gerade eine alte Taube im Hof gesehen. Ich glaube, es stimmt. Ich habe gerade eine alte Pigeon in der Karte gesehen. Ich glaube, es war sterben. Aus meiner Weg! Das sind zwei gute Beine! At least! Ach, du Scheiße. Flasche, Topf, Rezepte. Chef Benedikt Roser's Traditional Boiled Weasel. Step one, bring water to a boil. Step two, boil weasel. Step three, salt to taste and enjoy. Wow. Oh. Leave right now or you're going in a soup! Eep! Okay. I thought I told you... Okay, um... That pigeon's back. It looks sicker than ever. It's not... Okay. Okay. Okay, sie kommt dann immer wieder. Also, ich brauche irgendwas, um die Tür zuzumachen. I'm cooking your ears! Ah! Okay. Also, wir müssen was suchen, um... Ähm... Die Tür zuzumachen, auf jeden Fall. Dann gehen wir doch mal in die andere Richtung. Da war ich ja noch nicht. Oh, was haben wir denn hier hübsches? Ein Schmied und ein Ladenschild. Na, reden wir erstmal mit dem Schmied. Hey, uh... Do either of you know... Leonard... Wait your turn, rectangle face! I'm in a hurry! I'm not cutting in line! I just had a quick question! No question! Only Hammer! Oh, okay then. Okay, so cool! Are you sure you want to make this guy a dagger? He looks pretty suspicious. What do you mean suspicious? Well, your eyes are darting around like you're looking for somebody to stab. Also, you're grinning like you're gonna eat the person after you stab them. I'm just admiring the local architecture. Looking at all the columns and domes and pilasters and whatnot. I can't help that it's all putting a big, creepy smile on my face. Now, can I? All I'm asking is... No question! Only Hammer! Right, sorry. Is that good? So, do these things take a while to make? The smithing process is an arduous yet delicate one. The iron must be heated to an extreme temperature, then drawn and shaped with precision. Larger blades can take days or even weeks to complete. Ah, I mean, no question! Only Hammer! There we go. I'll leave him to his hammering. Okay, geiler Typ, man. Alberto's alchemical sundries and miscellany. Alberto's alchemisches allerlei. Wow, a Friedhof. Shit. Cemetery. Eh, close enough. Friedhaufen. Okay, fresh fressende Pflanze. Hey, Liz, are you there? Yeah, what's up? I need to know if a plant is dangerous. Okay, what's it look like? Uh, an enormous toilet-shaped mouth full of razor-sharp fangs. What do your instincts tell you, Calvin? It is totally safe. Calvin, it's an actual miracle you've lived this long. Do not touch the plant. Oh, I want to go over there. Hmm, okay. That's good. Here comes the moon. Wow, I never realized the moon was this old. Yeah, of course. Oh, no. Calvin. That is one mean looking bird. Okay, grabstein. Here lies Mig Carbonell, who popped his lungs at the ripe old age of 96, screaming at a bunch of teenagers to pull up their pantaloons. Dein Totengräber. Welcome, sir. Looking for anybody in particular? Just, uh, browsing. Oh, take your time. They ain't going anywhere. Mostly. Wow, okay. Der macht mir ein bisschen Angst. Okay, was ist mit der Pflanze im Tor? What's with the plant by the gate? Angry little shrub bit me right in the ass. See? Yep, okay. Got it, thank you. Had my keys in that pocket too. Now I'm locked out to the, um, you know, miscellaneous doors. What? Sie haben bestimmt eine große Schaube sammeln. You got a big shovel collection? You think just because I dig holes for dead guys, that I collect shovels? I, uh, um, how boring of a human being do you think I am? I got a soft side too, you know? Gravedigging ain't exactly soup for the soul. Uh, na, ist das ein Rappen? Is that your raven over there? Yeah, it's a union thing. Every graveyard's got to have at least one ominous foreboding bird. Some people go owl, others go vulture. Long as it creeps you out. See you around. Toodles! Okay, can I die mitnehmen? You don't need a hoe to dig graves, right? I'll just borrow this for a while. Okay. Schuhe. You know how sometimes in adventure games, the protagonist will pick something up, even though nobody in their right mind would go anywhere near that thing? This is one of those times. Oh, oh, God! Oh, it smells exactly like blue cheese! It smells like blue cheese. Leaving this guy with an odd number of socks is the cruelest thing I've done so far. Okay, Gemelli. Aww, welcome to Widow Cuties! Okay. Oh, wait, there was another one. Notiz. Hey, these drawings are pretty good. Maybe the Gravedigger's making a comic about a guy with severe mood swings. This guy sure has some pretty specific opinions about different moon phases. This guy sure has some pretty specific opinions about different moon phases. Okay. Paces? Das ist ja amüsant. Okay. Wie aussieht, da muss ich dich enttäuschen. Das geht nur im Chat. Nicht per wissbar. Kann ich an dem vorbei irgendwie? Ich bin nicht sicher, wie das... Hm. Okay. I can't hurt him. Okay. Oh, rausgetippt. Entschuldigung. So, ich muss dann nun los. Okay, Triebein, ich drück dir die Daumen hin. Okay. Do plants with teeth eat other plants? I have to test this. For science! Remarkable! Oh, ein Schlüssel. I'll just hold on to this. The owner is probably a little too... Okay. Schön hofig bleiben. Ähm, gut. War hier irgendwas, was ich mit einem Schlüssel hätte aufmachen können? Oh, da ist noch was. Ein Lacken. Jetzt habe ich ein Lacken. Okay, und ein Schlüssel, wo ich nicht genau weiß, was mir der bringt. Oh, ein Schloss. Oh. Hallo. Hey. Ich bin wegen des Rückgangs rückwärts. Ich bin wegen des Rundgöns und dem F hier. Ähm. Ich war eben schon mal hier und ich glaube, ich habe hier was verloren. Und ich glaube, ich habe etwas hinterlassen. Describe das Objekt. Es ist eine große, schwarze und weiße Sache mit vier Legen. Es ist ein Haar. Du sagst, du hast hier einen Haar gebracht? Ja. Und du denkst, du hast ihn hier verlassen? Genau. Du bist unglaublich schlecht an diesem Fall. Hm. Okay, mein Herr, ich fordere euch zu eurem argwöhnlichen, starren Ruell. Wir werden sowas von verlieren. Ich kann nicht mehr nehmen. Tarek, geh nach Hause und ein Familienmann sein. Okay und ich gehe! Sie fühlen uns! Starr, Wurst. Okay, wir müssen irgendwas für die Augen fängen. Der Mond ist halb. Laden. Oh, hier gibt's viel. Hallo, Archimisten-Typ. Der echten coolen Hals hat. Okay, äh, was soll das ganze Rappengift? Hast du irgendwas, um fiese Pflanzen zu geholfen? Oh, is that monstrosity with a graveyard acting up again? You know about it? I created it. Accidentally, I admit. Spilled one of my most volatile concoctions on an innocent little weed. Then you gotta have something that can calm it down. I have pills that should soothe it, yes. I'll take them. Very well. How will you be paying this evening? Uh, let me get back to you. Okay. Any chance I could get those plant soothing pills for free? Certainly not. I am a small business owner on a shoestring budget. You think I can just whip myself up a batch of gold? I mean, don't answer that. Don't answer that. Der ist cool, ich mag den. Okay, was weißt du über Leonardo da Vinci? Can we please not discuss that bearded cynic? Man has no respect for my craft. Calls it a tired old pseudoscience. Could a pseudoscience produce a scone that is both salty and sweet? Hmm? A scone? Isn't that just baking? It's alchemy, you fool. ALCHEMY! Alright, geez. See you later. Huh? Yes. Fine. Whatever. Wow. What kind of incense is this? It smells like sweaty trout. You've never smelled Lupins breath before? Oh my god, that's exactly what this is. And those are samples, if you'd like to take one. Puh. Ich möchte eigentlich... Rat Blaster. Blasts rats faster than a vast pack of fat cats. Sekunde, was? Rattenfixer kennt Rattenfixer als ein Haufen wundriger Katzen. Wow. Rattenspiletsch. Schlange im Glas. Nice snake. Even nicer jar. Don't touch that. Is it poisonous? It's my dinner. Okay. Rezeptbuch. I think it's a book of alchemy recipes. Man, this guy's handwriting is awful. I can't read any of these. Oh wait, here we go. This one's for a brownification elixir. Okay. Okay. Ich muss jetzt Alchemie betreiben, ja? Ich brauche jetzt diese drei Gegenstände. Das heißt, ich muss irgendwie den Raben kochen. Nee, ich brauche nur eine Feder, muss die kochen. Add sliced tentabell root as needed to achieve desired brown hue. Mix in ground femur to enhance bonding properties. Ah ja. Okay. Kessel. I wonder what's brewing back there. In the cauldron? That's for decoration. I'm an alchemist, not a witch. Ganz sicher? Dahinten könnte ich die Feder kochen. Dafür brauche ich aber erstmal ne Feder. Kann ich hier rein? Nein. Klopf ich mal an der mysteriösen Tür. Mysteriöse Tür. Mysteriöses Schild. Bingo! Ich denke, ich kann diese Disks jetzt move. Okay. Okay. Ah. Okay. Ah. It's the cart that the corpse delivery man used earlier. Loot, loot. Der Beutezug ist in Wirklichkeit eine Tades und folgt ihr durch die Zeit. Oh, Tashi, vielen lieben Dank für den Loot. Dankeschön. Ich könnte da rein gehen, aber es wird ziemlich obvious, dass ich nicht tot bin. Hm. Habe ich irgendwas? Warte mal. Nein. Doch, funktioniert. Ah. Ja, lol. Okay. Hat echt funktioniert. Oho. Hamburg. Hallo. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Ja, Keldin. Du hast du gesehen, wie du gesehen hast. Ja, das ist so... Ja, das ist... Oh, no. Du hast du Leonardo, nicht? Mörderer! Du hast du uns alle! Was? Nein! Ich bin in eine creepy laboratory mit einem corpse. A corpse? Du hast du die corpse? Wie kann ich die corpse? A corpse ist ein corpse? Of course, of course, aber die corpse ist nicht immer ein corpse. Oh, mein Gott, Lies. Ich habe nicht die corpse. All right. Sorry. Anyway, gut news. A trapped Lupin in a temporal stasis field. If you can finish with Da Vinci before the field dissolves, I can bring you both back simultaneously. Why don't you just bring Lupin back now? If I bring either of you back first, the Chrono tunnel might collapse, trapping the other in the past.. Which would create an anomaly so massive, that it would definitely destroy the universe. Yeah. Pretty much. I'm on the job, Calvin out. Calvin out. Okay, Diagramme. Okay. Okay. Boring. Hmm. There's something real suspicious about how unsuspicious this book looks. No shit. Echt jetzt. Wow. Okay. Was haben wir hier? Wagen. Wie geht ich nicht? Leiche. Was mach ich mit der Leiche? Okay. Okay, das kann ich hier noch anklicken. Kann ich irgendwas abhacken vielleicht? So, das hier. So, das Bein ist auch hier anklicken. Nein? Okay. Dann gehe ich da lang. Portrait. Okay. Cooles Bild. Auf jeden Fall. Farben. Gemälde. Ich hab ein Gemälde angestellt. Cool. Okay. Blaupausen. Oh, hey. Neat. These are for some sort of giant weapon. Okay. Arbeitstisch. All this stuff looks fragile and half finished. All this stuff... Okay. Helikopter. Was ist... Warum Helikop... Woah. Cool. Toy of the year 1503. Okay, okay. Helikopter. Uhm... Ausfahrbare Arm. Oh, neat. I made something like this when I was nine so I could pull my cousin Sarah's ponytail from across the room. Which, of course, led cousin Sarah to retaliate with her pneumatic spitball cannon. Basically, my childhood was a terrifying arms race. It looks like a to-do list, but it's all backwards. There's only one item that isn't crossed off. Take Catapult Designs to Castle for approval from the Duke. Ah, yeah. Okay. Okay. Kann ich hier... Komm ich hier einfach so wieder raus? Tatsache. Und die Tür bleibt natürlich offen. Ah, ich wollte in die Küche. Sekunde. I thought I told you to stay out. Ja, ja. Bad Pigeon's bad. It's not... Okay, ähm... Hacke. Zumachen. Oh, this should keep her out for a little while at least. Okay. Flashe. Looks like it's empty. Open this- Coming! I just slipped on some gravy. Okay, I am. She's not gonna want to use the cracked ones, right? I'll just grab a few of those. You've got till the count of three to... You've got till the count of three to... Hang on, it's, uh, really windy out here. I... Can't... Get to the door? Am I the kind of person that would steal meat out of somebody else's stew? Huh. Guess I am. I should really work on that. What's going on out there? Just a minute. I think the hinges are covered in syrup? Chef Benedict Rosers traditional... Okay, das hab ich schon gelesen. Na gut. What did you do? N-nothing. Nothing. Door just got stuck for a second. Okay, bye. Okay, jetzt hab ich jede Menge Zeug dabei. Eine leere Flasche Rattengift. Ah. Official Blueprints for the Paul and Ratchet Munition Delivery System. Okay. Und da war ich ja schon... Ähm... Ähm... No, I'd rather not. Kann ich vielleicht mit dem Arm... Da hin? Ähm, nein. Kann ich vielleicht... Du sollst das zusammenfügen. Socke und... Ähm... Okay. Ähm... Die Hand ist zu stark. Okay. Ich bin nicht sicher, wie die zusammenfügen. Ich bin nicht sicher, wie die zusammenfügen. Hm. Ähm... Das wird entweder schrafen oder wundern. Either way... Nein, danke. Hm. Hm. Okay, ich geh jetzt mal nochmal da rein. Kann ich denn... Ich bin nicht sicher, wie die zusammenfügen. Ich bin nicht sicher, wie die zusammenfügen. Das ist schon echt. Ja, und Tatsache ist aus dem kochen ein Ding geworden. Näh, ich bin nicht wundern. Hm. Was hat er da gesagt? Ähm, ich bin doch der Samarrobeschädig noch. I assist him with all bone-related matters. So, uh, you bring the goods? Goods? What kind of goods? If you're really Leonardo's assistant, you know exactly what kind of goods. Oh, right. Those goods. Yeah, let me, uh, go get them. See you around. Toodles! I have the goods, I think. Oh, the eyes. Okay. Okay. Ähm... Kann der da hoch? Ähm... Okay. Zela, wie fandest du das Outlast-Best auch von mir? Fischi, das hast du sehr schön gemacht. Habe ich ja noch gar nicht geschrieben, aber ich habe es mir gestern noch angeguckt. War es vorgestern? Ich glaube, ich habe es vorgestern. Nee, gestern habe ich es mir angeschaut. Auf jeden Fall sehr cool. Dankeschön dafür. Wie komme ich an den Raben? Kann ich mit denen nochmal reden? Okay, kann ich wohl nicht. Ähm... Schwer, schwer, schwer. Leeres Rattengift zurückgeben, doppelt Geld bekommen. Oh, Chiki, das ist eine sehr gute Idee. Werde ich gleich sofort machen. Aber ich gehe schnell aufs Klo. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hat schon mal nicht funktioniert. Nee, aber dann hat es ja funktioniert. Dann hätte es ja funktioniert mit dem Rattengift. Ah ja, im Kessel. Ich glaube nicht, dass das was bringt. Wir müssen auch nur den Ratten, die Rabenfeder im Kessel kochen. No, I'd rather not. Fängt irgendwas... Wow, irgendwie ein Mörser oder sowas. Um... Katapult-Design. Aber da steht doch irgendwo bestimmt. Okay. Okay. Hm. Die Genehmigung? Was? Was für eine Genehmigung, Häschen? Ja, das wissen wir ja schon. Hey, ich bin so... Ach, die... Ja, okay, stimmt, du hast recht. Ich habe nicht überlegt, dass der die ja haben will. Ich habe gerade überlegt, wie ich an sowas komme, aber ich habe die ja schon. Hm. Kuschelpanzer, hallo. Hallo. Oh, jetzt kommt es schon. Ähm, gut. Ich habe neue Blaupausen von Leonardo. Die gehen nämlich ein bisschen. Noch ein Monat? Bis... Was? Oh, ist er mir hier. A Medici always files his taxes before the deadline. Hm. Nausmato could use a little work. Okay. Elfers. Ah, ah, hey, hey, chill out! Jeez! Stupid, greedy bees never want to share their honey with anybody. Okay, ähm... Stupid, greedy bee... Oh, wow, das hat wirklich funktioniert. Okay. Ähm... Stupid, greedy... Remote, incense, delivery system, deploy! Drink in the stink, bees! You know you hate it! Ein Monat, bis ich Geburtstag habe, und dann kriege ich meinen neuen PC. Oh, wie cool! Das freut mich, Kuschelpanzer. Das ist natürlich stark. Okay. Wo ist denn der Arm jetzt hin? Hm. Das funktioniert? Das funktioniert. Achso, du musst ihn selber... Ja, mein Gott, aber ist doch schön. In einer Woche? Ja, tschüss. Honig. Okay. Kann ich da nochmal aufklicken? Ich werde einfach den Rest hier lassen. Okay. Oh, hinter dem... Okay, hi. Ein anderes junge Leben, unterdrückt durch eine tragische Veränderung zum Krieg. Bist du mich auf mich? Obviamente. Fantastisch! Es funktioniert! Huh? Was funktioniert? Ich bin kein Prisoner, Sir. Ich bin ein Aktor mit der Matthäus Panik Traveling Theater Company. Tomorrow we shall stage Panik's latest work, the ugly goats of Jakob on the Ponte Vecchio. So, are you playing Jakob? So, are you playing Jakob? Or an ugly goat? Neither. I shall embody the pivotal role of silent prisoner number five. The Duke has graciously granted me access to this cell that I might better prepare. Ah, okay. Ah, okay. Ist auch toll. Und naja, kenne mich ja auch damit so weit aus, dass ich das hinkriegen sollte. Ja, dann denke ich doch, dass du das schaffst. Kuschelpanzer. Aber ist doch cool. Mein... PC ist PC. Okay. I'm not too keen on jumping into a sewer right now. Okay. I feel like there's a joke in here somewhere. Why, Grow Blue, I believe he's referring to you. Well, he sure ain't referring to anything you're saying, smart guy. I'm impressed you can even hear what I'm saying over your incessant farting. You know me. I'm a renaissance man. So, what's the story? Did you guys beat up a troubadour? I'd you guess. Pay no attention to my ornery pumpkin of a colleague. The Duke has jailed us because he has grown tired of our incessant bickering. Apparently, we're supposed to be funny. Who knew? When are you getting out? According to the Duke, once we've reconciled our creative differences and agreed to work together. So, you know, never. Unless, of course, an enterprising young hero were to, uh, break us out. Sounds risky. What's in it for me? I'll let you borrow the suit. Yeah, um, I'll pass. Indeed. Are you quite certain you aren't willing to... free us? Not to be overly dramatic, but if I go to jail, the universe will actually end. Hey, it's not all bad. I made some my best friends in jail. Imagine my surprise. Dankeschön, Kuschelpanzer. Dankeschön. Vielen Dank. Trockelbecher. Definitiv Trockelbecher. Are you quite certain you aren't willing to... Not to be... Imagine. Okay, schlafende Wache. Wundervoll. Enterhaken. Hibiso ist hier... Okay. Oh, sweet. I've wanted one of these since I was six. I don't think... Okay, das funktioniert nicht. Äh, kann ich... Oh. Hmm, I think he'd just grab it and run back into his hole. Okay, ich brauch irgendwas, um... ...sie einzufangen. Oh, das ist aber ein großes Glas. Ich hab ne Ratte im Glas. Okay. Sleepin' on the job. Finally, somebody in this century I can relate to. Somebody... ...stop that... ...centaur. Oh, snap. Sounds like there's a fugitive on the run in Dreamland. Auch nicht schlecht. Okay. Äh... Gut. Dann kann ich ja jetzt zudem zurückgehen mit der Ratte. Nee, warte. Ich kann ja hier noch ein. Ich kann ja hier noch ein. Yes? What is it, commoner? Are you the duke? Am I the duke? Do you think the duke answers his own door? Do you know anything about dukes? So, you're like the duke's weird friend. I'm his doorman, you simpleton. Due to budget cuts, I also act as his valet, his notary, his stunt double, and his Thursday night wingman. Notary? Does that mean you like sign stuff for him? If by stuff you mean missives critical to the governance and preservation of the state? So boring stuff. Yes. Boring stuff. Now what do you want? I have some blueprints from Leonardo that need to be signed? Hey. You're not Leonardo's usual courier. Where's old Giotti? Who? Matthias old Giotti? Enormous mustache, always wears 12 belts for some reason? Oh, Matthias. Right. He, uh, he moved. He fell in love with a beltsmith up in Venice. They didn't want to do the long distance thing. Sensible, but a shame. He was a fine courier. Very well. Where are these blueprints? Just a moment. Just a moment. Nein. Nein, nein, nein. Wo haben wir uns nochmal kennengelernt? Ich und du? Weiß ich leider nicht mehr. An Creeper? Könntest du das Rezept hier beklemmen? That depends. Is it critical to the governance and preservation of the state? Hoo boy is it ever. Care to explain how? Well, you see, some of the Army's uniforms are blue, but others are green. It gets confusing. If we dye them all brown, they'll stop stabbing each other by accident. The Army's uniforms are gray. See? Confusing. Idiot! You again? Äh, kann ich wirklich ganz sicher sein, dass du nicht der Kugel bist? How do I know for sure you're not the Duke? You cannot be serious. I can and I do. That squinty guard over there taught me a thing or two about suspicion. And I suspect you. Okay, fine. You know what? You got me. I am the Duke. Really? No! Now stop asking already. Steine einfach an. What? What are you doing? Are you sick? About to throw up? Is there something on my face? You're trying to get me to say I'm the Duke, aren't you? Aha! I knew it! You really are a singular kind of stupid. Unicorn, was möchtest du von mir gerade? Der, er streamt nicht mehr. Also, ähm, ist er auch nicht mehr so sonderlich viel auf Twitch. Ähm, nochmal eben. Kann ich denn jetzt das Rezept da vielleicht reintun? Ja, okay. Nein. Da, unterschreib das. Hm, it appears you are correct. One of these pages is... Wait a minute. Is this a formula for hair dye? Huh? Uh, no, that's... Catapult dye. Why the devil would anyone bother to dye a catapult? Well, after a while, they, uh, start to go gray. Okay. I can't tell if you're joking, but I'd rather just sign this than investigated further. That's the spirit. These appear to be an order. I trust that's everything. Sure is. Thanks. Okay. How do I get it? Well, it's got a little honey on it. But overall, it's a pretty nice feather. Ähm, Sarah, lass es dir schmecken. So, gehen wir mal zu ihm hier wieder. Kann ich das jetzt da reinschmeißen? Doch, ich hätte jetzt auch gerne einen Muffin. Hm. I think I'm going to need the Alchemist's help with this. Hm. Na gut, okay. Ähm, Ratte. Your Rat Poison is a joke. This rat ate a whole bottle's worth and he's fine. What? How can this be? I demand a refund. Heh. No cash refunds. Store credit or nothing. Store credit it is. Very well. Let me know when you've decided on an item. And let's keep word of this product defect between us, shall we? My lips are zipped. Okay, um. Pflanzenberuhigungstabletten. Okay, ich habe im Unterstück das Ganze im Farbstopf jetzt. Okay. Ja, die ist es. Eis wäre geil. Okay. I found them for you. Then I suppose I could squeeze you in. Good luck finding a Ravensfeather, a Tantabellroot and a human femur on short notice. Okay. Huh? Also. Ähm. Dann. Pflanzenpillen. Sleeping pills and meat. Two great tastes that go great together. Na dann. Chew on this, you grumpy shrub. Dang, that thing's gonna be out for days. Okay. Cool. Dann habe ich ja jetzt alles. Okay, I got it. I. What if I. Then I suppose. Good luck find. Hm. See you later. Boom. One Ravenfeather. Is this honey? Yeah. See, first I smeared honey all over a gravestone. And good lord, forget I asked. Oh, wow. Okay. That's everything, right? Can we finally make this die or what? Very well. Just a moment. Here you are. Please give my regards to the Duke. I have charged his account as usual. Will do. Thanks, bud. Okay. Jetzt habe ich... Jetzt überlege ich gerade noch was. Ähm... Ähm... Da konnte man doch die Fassade hoch. Bringt das was? Wo komme ich da hin? Ähm... Honestly, this is going to be the highlight of my entire life. That. Ruled. Okay. Heh. Looks like Mona is sitting directly below here. Oh. Maybe if I drop the die on Mona from here, she won't even notice. Here goes nothing. Eh. Worth a shot. Oh, that's Mona. I might have dyed her hair without her permission to make her look more like her sister. You what? Kelvin, what happened to helping Leonardo da Vinci? I am helping him. Leonardo was going to paint Mona's sister, but Lupin prevented that. So you and Leonardo decided the best course of action was to gussy up Mona? Exactly. Ugh, men. I feel gross even asking, but did it work? Well, her hair's the right color, but now there's the whole uncontrollable weeping thing. Could I make a suggestion, Kelvin? Of course! Apologize you, Lugnut! And hurry, Lupin's temporal stasis field is starting to decay. Oh, du Rebell. Mensch, Hamburg. Ähm, was meinst du Schönes? Hey, I'm really sorry about the whole hair dye thing. I only did it because the temporal lattice is unraveling and the universe will dissolve if... Yeah, I wouldn't believe it either. I'm not sure how those go together. Well, Mona's hair is brown. Indeed it is. And she doesn't have that goofy smile anymore. Indeed she doesn't. So we're good. Not even close time travel. You need to find a way to improve her mood before she composes herself enough to leave. Spiegel. Spiegel. Warum habe ich jetzt einen Spiegel und wofür brauche ich den Spiegel? No, I... Hm. I'm not sure how those go together. Okay. Ähm. Was mache ich mit dem Spiegel? Was... Hm. Kramps. Nichts wirklich wichtiges. Ich weiß auch noch nicht so recht, was es werden soll. Aber ich habe schon mal dann... Okay. Gut. Nee, aber gut. Manchmal wird aus ganz seltsamem Zeug auch mal richtig schöne Sachen. Das ist bei mir voll oft so. Kann ich da vielleicht was drauf tun? I'm not sure how those go together. I'm not sure how those go... Okay. Ähm. I'm not sure how... Hm. I'm not sure how those go... Okay. Okay. Was ist eigentlich mit dem Wagen? Okay. No need. I already entered the right code. Hier sehen wir das mit dem Bemalen. Das habe ich gerade versucht. Das funktioniert irgendwie nicht so. Hier sehen wir nur Osterhase spielen. Ach so. I'm not sure how those go together. I'm not sure how those go... Naja, Starwettbewerb mit der Hake vielleicht. I don't think... Hm. Du mal, Häschen ist okay. Impi! Hallo! Hi! Kann ich die denen nicht geben? I don't think... Hm. No, I... I'm not sure how those go together. Hm. Was war da hinten nochmal gleich? Die Ratte. Hm. Ich weiß noch nicht so recht, was mit dem Gulli ist, muss ich sagen. Ähm. Keine Ahnung. No, I... Bin ich noch nicht so durchgestiegen. I'm not sure how... I'm not sure how... I'm not sure how... Hm. No, I... Nein. Nein. I'm not sure how those go. Hm. No, I'd rather... Okay. I'm not sure how those go. Haa. Ich schautre noch Wodka. Äh... O, Fishy. Du wurdest gnadenlos bedrungen? Jaa, mein Gott, halb so schlimm. Ähm. Oh. Ich glaube nicht, das wird... Hm. Die resten sind nicht richtig. Okay. Ich dachte, ich hab dich... Are you TRYING to get me killed? I don't think I'm okay. No, I... What the? Maybe... I don't think that will work. Oh, ich muss hier weg. Ähm, das mit dem Starwettbewerb eigentlich schon funktioniert. Ich kann den irgendwie nicht mehr machen mit ihm. Der gibt mir keine Optionen mehr, mit dem zu reden. Das ist das Problem. Ich kann es noch mal versuchen. Ja, eben. Also mit dem kann ich nicht mehr reden. Okay. No, I'd rather not. I'm not sure how those go together. A Medici always files his taxes before the deadline. Hm. How smart could use a little work. Hm. Was mache ich mit diesen Eiern? Das ist geil, was ich damit machen soll. Äh. Der sagt mir auch nichts Neues. I'm not sure. Oh. Oh. Oh, Gott. It's... It's... It's a heem. Er oben schon freigeschleiten. Okay. Kann ich das noch mal versuchen? I've already seen too much. Ach. An dem sind wir schon vorbei. Ach so. Geiles Easter Egg. Madenschild. Okay. Okay. Ja, aber hier kann ich nicht sonderlich viel mehr machen. Okay. Cool. Okay, der hat viel zu tun mit dem kann ich... Oh, was mache ich mit denen hier eigentlich? Ich bin nicht sicher. I don't think... Hey, uh... Leecher. I'm not... Nookwe. Oh. You sure you... Well, also... I'm just... I can't help that it's all... Nookwe. Okay. Die sagen mir auch immer wieder dasselbe. Hm. I'm not sure how the... I'm not sure... I'm not sure how those... Hier kann ich ja auch nichts mehr machen. Was mache ich mit den Eiern? Das ist irgendwie... Puh. Ich habe das mit den Eiern gegoogelt. Viel Spaß beim herausfinden. Ach du Scheiße. Na, das klingt ja super. Huh? What did you do? N-Nothing. Nothing. Door just got stuck for a second. Okay, bye. Looking good. They're a little cracked, but... They're... I'm not sure how those... Naja, ich habe schon versucht, die Diener all zusammenzufügen, aber das geht leider nicht. Das habe ich auch schon versucht. Das ist ja zum Kotzen. Ähm... Kann ich sie vielleicht von oben mit Eiern bewerfen? Keine Ahnung. Oh, man. Oh, man. Don't tempt me. No, I... I'm not sure... Oh, man. Don't... I'm not sure how those... I'm not sure how the... I'm not sure how those go to... Oh, no. Alright, let's Easter these up. I'm not sure how... I'm not sure how those go together. I'm not sure how... I'm not sure how those go together. I don't think that will work. Nein, da wollte ich gar nicht hin. Was mache ich denn jetzt mit dem Behalten? Ja, das ist noch tragwürdiger als vorher. Ah, vielleicht kann ich die den Namen geben und die können irgendwie jonglieren. Warte mal, ich könnte versuchen vorher die den zu geben. Gute Frage, was mache ich mit bemalten Eiern? Ähm, ich hab da einen Fleck auf dem Bildschirm, der stört mich grad ein bisschen. Oh, jetzt hab ich rausgeklickt. Hör auf zu wackeln. Okay. So, hinter dem Schloss, ich geb jetzt mal die Eier dem. Dem. No, I'd rather not. Hm. I don't think... I don't think that... I don't think that... Hm, vielleicht... I'm not sure how... Ninn. Was macht der Kanal scharf? I'm not too keen on jumping. Hm. Ihn vielleicht? No, I'd rather not. Hm. Na, hier ist ja nichts mehr, oder? Nein. Okay, listen. If I break you guys out, will you help me cheer up a lady who won't stop crying? Proposal didn't go so well, huh, bud? Ahem, I believe what Groblew meant to say was, oh my god, yes, please, we'll do literally anything. I had intended to sneak a file into our cell as we were jailed, but I was bumped by a certain Lunkhead. And I dropped it into the grate at your feet. I'm sure it's still down there somewhere. Hm, na toll. Okay, dann der Hul darunter. Toi. God, toi. 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 Honestly. Come on, let's blow this joint. Uh, quick question, if I may. How do we intend to elude the ill-tempered fellow with the spear? Follow me. There's a tunnel by the Rose Garden that I use to steal the dukes this way. Grow blue, you devious little plate smuggler. I could kiss you. How about you don't? We call it even. I don't think that- Hey, you guys are good. Indeed. Lona's already stopped crying. But of course, we are graduates of the finest fooling academy in the city state. Well, I am anyway. This clown never finished one of his requirements. Oh, please. How much would I really have gotten out of intro to poop jokes? Depends on what you put in. Do you two have any acts besides juggling? Together? No. Wow. By and large, our comedic tendencies are remarkably divergent. Hence the bickering. And the jail time. But we both like to juggle. Ipso facto, we juggle. Okay. 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 Na dann jetzt. Time to give him the old switcheroo. Okay, na dann, bewirft euch mal mit Eiern, bitte. You're going to regret that banana head. Prove it, you bloated Christmas cactus. My god, that's it. That's the smile I've so long to capture. Well, then don't just stand there, man. Paint! 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 Cool! Geschafft! Geil! Nice. What are you going to call it? Originally, I had intended to call it simply the Lisa, but given the particulars of the creation... You! Wait! Are you screaming at me or Leonardo? I believe he is addressing you. Why do you say that? I've never encountered this man before, and it sounds as though the two of you are well acquainted. Not to mention that he appeared out of thin air, highly suggestive of time travel. You really are a genius. You really are a genius. Have you ever thought about doing a web series? A series of... A series of webs? I'm not familiar with... Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! How did the brain-dead likes of you manage to thwart my efforts at every turn? Well, just now I painted some eggs, and then I tricked some clowns into juggling them, which caused... Enough! If you had been half this effective while we were building the machine, none of this would have had to happen! I mean, honestly, I think the bigger problem is your weird obsession with plumbing. Excuse me? It's kinda hard to take these inventions seriously when they all look like a bathroom. Like, even right now. Not super intimidating. Not intimidating. Not intimidating! I'll show you intimidating! DIE! Oh, wo bin ich jetzt? Da wollte ich gar nicht hin. Warum bin ich da jetzt? Kelvin? Komm in! You aren't disintegrated, are you? Please! It's Lupin! He, uh, he... I know. He broke out of the temporal stasis field. He's kidnapped Leonardo, Newton and Beethoven. We're all trapped in his vault. Also, apparently Lupin has a vault. I'll find him and I'll convince him to surrender. I think I can get through to him. Kelvin? The man built a battle mech out of a bathtub. There's no... getting through to him. Listen carefully. We have a plan, but we need a few things from you. A wheel, a magnet, and... Mr. Beethoven, what did you need from Kelvin again? But... speak up! What do you need from Kelvin? A horn. A what? A horn? What do you dare? A horn, for some reason. I'll text you the list. Also, before Lupin captured me, I configured the time machine to loop through its last three destinations. When you've got everything we need, just hit the manual override to come home. Wait, what was the manual override again? Turn the cold water on full blast. What?! I think I'd rather destroy the universe. Kelvin! Get moving! I'll buzz you whenever Lupin's closing in on your location. Well, there's our horn. Too bad they decided to lock this case after I stole the flute. Ah, echt? Liz said they wanted a horn, right? I don't see this coming in handy. Stöcke vielleicht? Okay. Okay. Oh man! If these had been here before, I... Okay. Kann ich damit das jetzt kaputt machen? The glass looks too thick... Hm... Wo ist es jetzt? Time's up, Aaron boy! Time's up, Aaron boy! We meet again, Mr. Magnet. Mr. Magnet. Oh, das nehme ich jetzt wieder an. Oh, wow. Okay. Okay. Kann ich irgendwas mit der Stöcke machen? Oh. Jetzt taucht er wieder auf, pass auf. Natürlich! Hallo! Er ist schon wieder, komm. Ach. Ein... Was hat er noch gebraucht? Ah. Zirkel? Ein Rad. Es ist wirklich da drin. Ich brauche ein bisschen Leverage, um es zu entfernen. Hey, ich erinnere mich diese aus der Geometrie-Klasse. Die sind wirklich für Zirkel, oder? Kann ich das... Oh. Was? Warum? Kommt der jetzt immer... Dauert das jetzt immer ne kurze Zeit und dann kommt der wieder? Und... Und... Oder wie? Oder was? Oder wo? Ja, scheinbar. Okay. Ähm... Nein, ich will nicht in die Zeitmaschine. Naja. Was kann ich mit der... hier machen? Oh. Okay. Okay, Steve! Keine Eile! Ja, komm. Okay, wie kriege ich jetzt das da runter? So, okay. So, wie kriege ich jetzt... Kagummi-Spender? Okay, ähm... Kann ich noch mehr Stecke mitnehmen? Okay, komm ich da rein? Nö. Äh... 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 Gerade versucht, Häschen! Stop running! Can't you see, you've already failed? Ja, 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 jetzt... Auf... Das macht mich irre jetzt. Ähm... Okay, hier kann ich ja irgendwie... Nicht mehr so viel machen. Zirkel und Diamant. Oh, Tatsache, das hat funktioniert. Vielen Dank für den Tipp, Toshi. Ich hab jetzt alles, ne? Glauben. Okay, cool. Okay. Huh? Okay, cool. Hallo, Acha. Okay, cool. Okay. Okay, cool. Okay, cool. KELVIN. KELVIN, you just saved us. You just saved the universe! Well, you did all the important science stuff, Lise. All I did was use random objects on other random objects until everything worked out. But don't you see, my boy? That is science. No, it's not! It's not even close! Would you shut up? I'm trying to encourage him. KELVIN, this is a violation of typical workplace etiquette, and to be clear, is by no means an obligation of mine to reward your heroism, but regardless. Great job, KELVIN. Aww. Cool. Hat gar nicht so lang gedauert, wie erwartet. Das ist stark. Hat mir gefallen, das Ende war irgendwie echt cool. Was tut er da? Okay. Oh yeah. Sie haben voll den Groove drauf. Was ein cooler Move, ich muss mir den merken. Ich muss mir einen guten Geld drauf. Erich, die es war nicht. Der heißt Roger L. Jackson. Wie schlecht. Sie macht wohl den Roboter? Sie macht wirklich den Roboter? Okay. Sie macht den Roboter? Ja, sie macht den Roboter. Twerkhofen. Ja. Was macht er da gerade? Okay. Gruseliger Typ. Chica Snacker. Auch nicht schlecht. Achtung, meine Güte. Geht jetzt hier ab. Okay. Krass. Ja, cool. Du liest doch die ganzen Namen vor, oder? Klar, natürlich. Hörst du nur nicht, weil ich so schnell bin. Schnell für deine Ohren. Da stand Nido King bei den Desserts. Ja. Danke fürs Spielen. Was macht er jetzt da? Ein Herzchen. Ach, okay. Oh, das ist voll süß. Okay. Okay. Ich habe alle fertig. Dann. Cool. Also ich hätte gedacht, es geht noch ein bisschen länger, aber wir streamen jetzt ungefähr zwei Stunden. Also habe ich eineinhalb Stunden circa gebraucht. Krass. Krass, krass. Okay, gut. Dann beende ich einmal das Spiel und gehe zurück in meinen, was auch immer das, Errungenschaft. Kann ich nicht aus Nido King? Und ich habe auch schon wenig Zeit verletzen, aber wenn ich jetzt noch nie mit mir alles verletzen kann, was ich nicht geimpft habe, wäre es aber noch nicht gewonnen. Ich habe jetzt das Gefühl, wenn du nicht mehr so viel verletzt habe, ich habe es dann noch nicht. Du siehst ab. Ich habe jetzt mit mir – und was ich nicht einmal nicht gut schoß gemacht, wenn ich nicht auf mich verletzt werde. Ich habe jetzt mal nicht gebraucht.